hallo willkommen zu einem neuen cgc update canopy growth haben am wochenende uns ja angeschaut gehabt meine ich oder sogar war es sogar montag bin ich mir ganz sicher auf jeden fall hatten wir ja hier diese diese idee dass noch mal weiter bergab geht gerade auch aufgrund dieser fünfteiligen abwärts struktur und dann eben auch dass diese bewegung nach unten noch nicht gänzlich komplett aussieht und er scheint jetzt nach wie vor hier an dieser bewegung nach unten zu arbeiten die fibonacci unterstützungs niveaus haben sich nicht verändert wir wollen aber noch mal darauf darüber sprechen hier was jetzt hier so die relevanten szenarien sind ich will gar nicht mehr übergeordnet groß darauf eingehen aber auf der mikrostruktur hier weil viele von euch ja interessiert sind an canopy growth kann es eben sein dass wir einmal in der weißen struktur das ist ja die bärische struktur eine welle 4 abgeschlossen haben hier im april und dann entsprechend haben wir hier eine kleine 1 nach unten gehabt eine 2 eine 3 eine 4 und jetzt werden wir halt in der welle 5 nicht wundern dass es halt sehr dreiteilig weil halt die welle 5 eine abc struktur ist aufgrund der tatsache dass sich diese bewegung hier unten als diagonal entfaltet ja nicht impulsiv wir haben zwar jetzt nicht wirklich einen direkten eine überlappung zwischen der welle 4 und 1 muss aber auch nicht sein in diagonal bewegung sondern in diagonalen ist es so dass die unter strukturen ja dreiteilig sind die 1 war dreiteilig die 3 und die 5 ist es auch hätte halt sein können dass die 5 schon hier fertig war aber wenn nach einer abgeschlossenen fünfteiligen bewegung nur eine korrektive rally kommt dann zeigt es in der regel dass noch mal weiter nach unten geht und wir hatten ja auch keinen bruch über die trendlinie hier also das ist alles jetzt jetzt erstmal nicht sonderlich überraschend hier auf jeden fall noch kein bodensignal dass wir auch so die message im letzten update und wir sprechen hier nach wie vor ja über über einen fünfteiler nach unten der halt wie gesagt in der weißen struktur diese welle 1 sein kann dann können wir jetzt irgendwann mal ausschau halten nach einer möglichen welle 2 korrektiven rallye das wäre halt nur eine korrektive rallye klar daraus kann sich was bullischeres entwickeln aber das müsste halt der markt dann auch erstmal beweisen die rallye wäre dann entsprechend eine abc struktur aber ich habe jetzt noch keinen beweis dass die a gestartet hat wenn wir nochmal hier in die detailstruktur jetzt eintauchen dann kann man sich hier die unterstrukturen anschauen und sagen okay die kleine welle a hier die haben wir also die kann man ja bemessen und dann gehen wir zum top der welle b das war hier dieses swing high vom 15 august und dann ist es so dass jetzt ein relevantes niveau was man da noch raus bekommt halt die 100 prozent extension ist und die liegt bei 4 60 kann sein dass die c welle dort sich eben hin orientiert im letzten video habe ich ja gesagt dass so ein allererster hinweis dass hier eine art boden ausgebaut wurde wäre eben ein bruch über dieses gap wieder also ein allererster hinweis so bei 6 dollar 15 oder so das habe ich jetzt auch nicht geschafft also daher denke ich dass dieser 100 prozent extensions level bei 4 dollar 60 eigentlich gut als magnet fungieren könnte vielleicht geht der preis noch dahin immer daran denken wir bewegen uns hier wirklich auf der mikrostrukture ebene das ist jetzt hier nichts ja super super klares irgendwie oder so aber übergeordnet ist ja jetzt seit vielen vielen wochen nichts passiert deswegen schauen uns ja auch die mikrostrukturen an und in der bullischen struktur wäre es halt eine w x y x z korrektur die sich hier ausspielt das ist eine sehr sehr rare variante sehr selten deswegen ist halt diese bullische struktur mit ja mit gesundem zweifel halt zu sehen ja also die bullische struktur wäre hier fünf wellen nach oben in der gelben welle 1 und die welle 2 ist dann halt so eine komplexe korrektur variante ob das jetzt die welle 1 in weiß ist oder die gelbe welle 2 und als w x y x z struktur sich entfaltet das können wir eigentlich dann erst sagen wenn wir die nächste rallye sehen denn wenn die nächste rallye klar dreiteilig und korrektiv ist und keinerlei anzeichen einer impulsiven bewegung hat dann wäre es halt ja wie gesagt wenn es korrektiv ist die welle 2 wir würden dann ja sowieso dafür ist jetzt vielleicht bis ein frühen widerstandsbereich auf den chart bringen wo man eben nach reaktionen dann auch schauen kann aber so oder so ist jetzt aktuell hier immer noch diese bewegung nach unten am laufen wir haben eine trendlinie die wir beobachten können leider jetzt nicht wirklich viele berührungspunkte trotzdem eine relativ offensichtliche ich denke die kann man auf jeden fall mal beobachten die unterstützungsniveaus für die übergeordnet gelbe bullische struktur sind ja auch noch auf dem chart also haben sich nicht verändert fünf dollar 25 drei dollar 95 sind so die nächsten unterstützung und ansonsten läuft hier dieser kurzfristige abwärtstrend halt entsprechend weiter und die nächste rallye sollte uns klarheit bringen also jetzt eine korrektive erholungs rallye ist dann ist vermutlich die welle 2 in weiß und das wäre halt auch ein bärisches setup dann um vielleicht sogar die welle 3 nach unten zu handeln aber das ist halt immer risikoreicher im short bereich das muss man wissen aber ansonsten ist es halt ein abwärtstrend der sich entfaltet jetzt schon seit april bisher ohne sagen wir mal überzeugende wende signale ich halte ich auf dem laufenden hoffe ich hat das video gefallen wenn dem so ist bitte ein like da lassen aber unten kommentar schaut auch gern mal bei patron vorbei dort gibt es unser unseren gruppen nicht crypto service den aktien service gibt es auch tägliche updates zum s&p 500 und da ist aber canopy growth jetzt nicht regelmäßig mit drin das mache ich hier auf youtube und es ist dort eben nur alles auf englischer sprache verfügbar aktuell das lohnt sich einfach mehr aktuell und die kapazitäten für die deutsche community sind noch nicht da das kommt aber dann alles noch bei gelegenheit ansonsten habt einen schönen tag noch bis dann